Ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette. Immer dieser Scheiß-Stress. Hey. Hey. Wollt ihr mal eine Zigarette? Die ist echt gut. Okay. Ja. Hier habt ihr eine. Danke. Nächste Woche haben wir ein Spiel. Ach ja, stimmt. Okay. Wir sehen uns. Heute ist es soweit. Die werden wir fertig machen. Das machen wir. Wir haben aber eine ganz schön lange Ausdauer. Jetzt haben wir doch verloren. Ich glaube, das mit dem Rauchen war eine scheiß Idee. Lasst uns lieber aufhören. Wenn man raucht, hat man keine Ausdauer. Treten einfach auf die Zigaretten und hören damit auf. Nie wieder. Ja. Ciao. Dann. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017